Ja, hallo meine lieben Feinde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eurem Herrscher. Heute stelle ich euch 5 nervige Angewohnheiten von YouTubern vor. Ja, natürlich ist es nur meine Meinung und ihr könnt auch immer alle in die Kommentare schreiben. Bla 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 bla. Hatte man in jedem YouTube Video. Deswegen würde ich vorschlagen, wir ziehen das Intro nicht zu lang und fangen einfach sofort an. Ja, gut. Nummer 1. Weg geht es nicht. Das ist ewig langgehend, wo ich kein Schwein anhören will. Gut, einige Leute, die kein YouTube haben, aber ansonsten eigentlich alle. Da kommt irgend so ein YouTuber und fängt an, erstmal eine halbe Stunde lang unnütze Fakten zu erzählen, wie er zum Beispiel zu diesem Video gekommen ist. Ich will das nicht wissen. Ich will mir einfach das Video anschauen und so. Aber das Enttäuschendste ist, dass das Video am Ende nur 5 Sekunden dauert. Also der Hauptteil. Gut, ich übertreibe es das Mal, aber das ist halt wirklich so für mich. Und da macht es halt einfach auch keinen Sinn, es vorzuspulen, weil das Video so 3 Viertel aus einem Intro besteht. Deswegen macht das auch für mich keinen Sinn, das Video anzuschauen. Gut. Nummer 2. Ah ja. Das ist wohl der nervigste Punkt für mich. Dieses Betteln um Abos. Das nervt. Jedes zwei bis fünf Sekunden fordert mich ein YouTuber auf, um ihn zu abonnieren, weil er so eine geile Sau ist. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ich will mir einfach das Video anschauen. Und nicht irgendwie jedes Mal angebettelt zu werden. Deswegen, es gibt gute Erinnerungen an ein Abo, aber wenn ich jemanden wirklich mag, dann abonniere ich ihn auch von selbst und nicht nur nach einer Erinnerung. So. Nummer 3. Wo wir gerade beim Betteln waren. Ich würde vorschlagen, wir fahren mit dem Betteln um Likes weiter. War das gerade Deutsch? Es ist etwas harmloser als Betteln um Abos. Es ist aber trotzdem nervig, weil ich, wie gesagt, ich like ein Video nur, wenn ich es will. Und da brauche ich auch keine Erinnerung daran. Junge, da brauche ich auch keine Erinnerung daran. So. Basta. Nummer 4. Der harmloseste Punkt ist natürlich das Betteln um Kommis. Also die Aufforderung, einen Kommentar zu schreiben. Ist etwas harmloser und kommt auch etwas seltener vor. Jedoch auch nervig, weil ich einen Kommentar schreibe, wie gesagt. Nur weil ich Lust drauf habe. Und ehrlich gesagt, die Mischung aus diesen drei Punkten, also vom Anbetteln, ist eine richtig starke Waffe. So. Wir sind jetzt nur am Ende angelangt. Schreibt mir doch mal in die Kommis, was ihr auch davon haltet. Und ja, ich würde gerne eure Meinung hören, ne? Der wird zwar schlecht. Okay, gut. So. So.